Mein Name ist Sophie. Bis zu meinem 24. Lebensjahr war ich Autistin. Ich wurde nie akzeptiert und war nicht in der Lage, mich auszudrücken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von nun an konnte ich endlich was tun, was ich schon immer wollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017